So und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Satisfactory. Wir brauchen heute noch ein paar Produktionsstrecken, müssen noch ein bisschen produzieren. Und damit, let's go. Weißt du, was mir eben gerade aufgefallen ist, als ich hierher gekommen bin? Das Ding macht 30. Dann haben wir hier 60 auf dem Band. Und dann brauchen wir hier ein neues Band, ein besseres Band. Sonst läuft das nicht. Sonst löppt der Lachs nicht hier. Wir kommen ja dann zweimal 60, einfach 120 drauf. Also brauchen wir das MK2-Band mit 120 Ressourcen pro Minute. Das ist mir gerade mal so aufgefallen. Ach Quatsch. Ah, ich hab mich auch hier verrechnet. Egal. Ich hab mich auch hier verrechnet. Hier hätte ich eigentlich nur zwei Schmelzer aufstellen sollen, wenn wir 60 pro Minute ausfördern. Egal. Egal. Komm. Ich war durch. Ich war durch. Ich bin immer noch durch. Egal. Jedenfalls nutzen wir jetzt hier alles aus der Quelle. So, Kabel lagern wir jetzt ein. Sehr gut. Jetzt müssten wir uns eigentlich mal an diese Kupferplatten ranwagen. Dafür brauchen wir eine neue Kupferquelle. Ich nehme auch gar nichts mit. Merke ich jetzt gerade wieder. Wir nehmen wieder nichts mit. Aber ich glaube, ich hab genug dabei. So, warte mal. Wir sind ja jetzt hier auf der höheren Plattform, ne? Ja. Um uns eigentlich gar keine Gedanken zu machen. Das führe ich einfach da rüber. Und da drüben produzieren wir es dann. Das ist es. Produktion. Wir wollen mal kurz eine Rüstungswerkstatt. Relaying Message. Hallo, this is the Colonel Pig here. I have taken ill and need your help to find a cure. Doctors say that the only remedy is alien artifacts. Oh, hier ist eine Schnecke. Eine kleine Schnecke. Komm schon. Sehr gut. Und die Schnecke nehmen wir natürlich auch mit. Blaue Elektroschnecke. Theoretisch könnten wir das jetzt an an unsere Kupferproduktion hier oben anschließen. Weil wir da ja noch... Wir haben ja noch zwei extra Schmelzer. Ah, geil. Wir könnten die Verbindung hier kappen. Und dann hier... ein anderes Gerät anschließen. Mal ein Splitter in die Richtung. Perfekt. Perfekt. So. Äh... Logistik. Lo-o-o-gistik. Be- birds. Läuen vielleicht��. Ein anderes. Läuen vielleicht nicht. Aber das ist ein kleiner Schmant drauf. Deswegen kann ich nicht mehr aufu-o-o-o-o-o-oisk. Ey, wäre es geil, wenn man einfach den Strom über das Laufband leiten könnte So Jetzt schmelzen wir ja, jetzt schmelzen wir wirklich 120 in der Minute Heißt, wir können hier hinten Wir haben jetzt noch 60 pro Minute übrig Wenn ich mich nicht verrechnet habe, aber ich glaube nicht Glaube ich auch nicht Also wir können 3 Geräte hier nochmal hinstellen Die Platten herstellen, also diese Kupferplatten Dinger Kupferblech Genau, das ist nicht Platten Kupferblech Kupferblech brauchen wir So, jetzt stellen wir 30 pro Minute her Kupferblech Das können wir natürlich auch wieder schön einlagern Ganze Natur muss weg hier Alles zubauen Und mir fehlt Beton Hier nochmal runter Hohin nochmal Beton Das stellen wir alles her, stellen wir alles her, stellen wir alles her Ja Ja, ja, ja Motor Modulare Rahmen Stimmt Wow Also von den modularen Rahmen nehme ich erstmal Abstand Die stellen wir noch nicht in Massenproduktion her, würde ich sagen Ich achte in diesem Spiel eigentlich auch sehr auf Optik, aber ich Wie gesagt, am Anfang ist das alles noch ein bisschen Wird hier alles nochmal überarbeitet Denn mehr Können wir gar nicht produzieren aus den Dingern So Aber wir lassen ein bisschen Platz, falls wir die mal übertakten wollen oder so Wir lassen uns die Optionen frei Vielleicht muss ich die gleich auch übertakten, weil es sonst einfach zu viel zu wenig ist für Rotoren Jetzt wird's Mathe Jetzt, jetzt, jetzt kommt's Mathe Das Bauaufsicht ist wieder da, sehr gut Jetzt, jetzt kommt wirklich Mathe Das heißt, wir brauchen auf 40 Schrauben 10 Stangen Und wir brauchen aber 10 Stangen für 40 Schrauben 60 produzieren wir 40 bleiben über, wenn wir zweimal Schrauben machen, dann haben wir 80 Big Math Ich bin überfordert Dann brauchen wir aber nur zweimal Stangen Also, dann brauchen wir 20 Nee, dann brauchen wir 10 Stangen Nochmal Nee, brauchen wir nicht Wir brauchen 20 Stangen, genau Wir haben aber 40 noch übrig Brauchen wir auch einen Zettel Muss ich mir das jetzt ausrechnen Wir brauchen aber für Rotoren 5 Stangen und 25 Schrauben Wir brauchen zwei Rotoren, brauchen wir 10 Stangen und 50 Schrauben 10 Stangen und zwei Rotoren Wir haben aber noch 20 übrig Das heißt, wir können 4 machen Wir brauchen sozusagen 20 Stangen und 100 Schrauben Wir haben aber 160 Schrauben hergestellt 60 Schrauben bleiben übrig Ich glaube, das ist der beste Weg Ich glaube, das ist der beste Weg Ich glaube, das ist der beste Weg Also, was heißt das jetzt für mich? Boah, jetzt kommt der nächste Spaß Kommt der nächste Spaß Wie viele Fabrikatoren muss ich jetzt aufstellen? Da geht das rein Da geht das rein So Jetzt kommen hier 40 raus Und hier können wir 30 abzwacken Mit den Ne, 20 abzwacken 20, ne Oh, wie sieht das eigentlich aus mit den Bändern? Warte mal Haben wir überhaupt genug Kapazitäten? Wir brauchen 100 Schrauben Stellen aber 160 her Ja, das geht Das geht Das, äh, passt ja Ich hab zwar Ich hab mir so ein bisschen gewünscht Dass wir jetzt hier oben Äh, mehr Fabriken hinbauen Also mehr Fabrikatoren hinbauen können Also Okay Die passen Dinger da Aber wenn's nur einer ist Okay Den hätten wir hier unten auch noch hinbekommen Egal Oh, hier Geht aber auch steil, ne? Das geht aber auch steil Schrauben Das sind schon ein Schon ein Lager voll Äh, Draht auch fast Stangen sowieso Platten Naja Könnte schneller gehen Egal So, wir gucken uns jetzt nochmal kurz den Strom an Der Strom Jo, 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 jo Hahaha Da müssen wir jetzt schnell agieren Da müssen wir jetzt ziemlich schnell sein Hier so ein kleines Schnüffelstück da dran Wasser können wir glaube ich schon mal anschließen Glaube ich Weiß ich nicht Egal Komm, wir gehen runter Und Äh Schließen Cola Wir haben eine normale Quelle Das heißt 60 So, wir haben eine MK2 Band dran Das heißt, wir können auf jeden Fall noch eine normale Quelle anschließen Um das Band richtig auszunutzen Mal, wie viel fasst das Band? Das Band fasst 300 Wir machen jetzt aber Wenn wir jetzt noch einen anschließen Machen wir 360 Das heißt, das Band Das Rohr Meinen ich Ja, das sieht gut aus Das sieht gut aus Das sieht gut aus Wir brauchen keine Blätter Blätter in den Abfall Okay Müssen wir nur mit dem Wasser gucken Wie wir jetzt das zweite Ist sein Tank groß Aber er benötigt nur 45 Kubik Stimmt Hier unten steht's Loy Ich hab immer da hingeguckt Aber hier steht 45 Gut, das ändert alles 90 180 Plus 90 sind 270 Oder? Ja 270 Kubik Gut Ich werde aber jetzt erstmal gucken Ob wir aus dem Lager heraus Das, was wir jetzt an Produktion haben Ob wir da Da müssten wir eigentlich schon vieles wieder freischalten können Das da oben noch nicht Phase 2 Das könnten wir aber auch angehen Das einzige, was wir jetzt noch nicht produzieren Was wir produzieren könnten Sind verstärkte Sind, nee Sind modulare Rahmen Genau Modulare Rahmen Ja, na klar Klar wird es voll Klar wird es gebraucht Also voll darf es nie werden Das ist ja der große Fehler Es darf ja nie Die Produktion darf ja nie stillstehen Wir müssen auch alles verbrauchen können Oh ja, wir haben ja hier noch eine Platte Oh, sehr gut Gussschrauben Die wollte ich haben Die sind sehr, sehr wichtig Sehr, sehr wichtig Eisendraht Nee Alternativ nasser Beton Ist nachher auch wichtig Aber die Gussschrauben Sind ja wohl das Wichtigste Dass man einfach diesen Platten Diesen Schritt überspringen kann Dass man Stangen herstellt Ist schon mega nice Das wird für die nächste Produktionsstrecke Wo wir dann wirklich Wieder verstärkte Platten Verstärkt brauchen Als ob das irgendwer noch gebrauchen kann Also das können die auch wirklich Ich sag's wie es ist Das können die auch wirklich Aus dem Spiel streichen Sprungflächen und Landepads Weil seit wir Also klar Damals Als man noch keine Hypertubes hatte Hab ich tatsächlich Sprungtürme gebaut Um irgendwo hochzukommen Da hab ich automatisch Sprungtürme gebaut Wo du wirklich nur Zack Und dann bist du gesprungen Auf das nächste Auf das nächste Auf das nächste Und dann oben gelandet Irgendwo Da war das wirklich useful Aber jetzt Seit wir Hypertubes haben Äh Brauch ich keine Sprungtürme mehr So das war's auch schon wieder Mit dieser Folge Satisfactory Hat mir wieder sehr sehr viel Spaß gemacht Wir werden beim nächsten Mal Das sind wir heute nicht ganz zugekommen Ähm Den Stahl verarbeiten Da hinten Ich hab das schon gesehen Da ist ne Eisenquelle Da ist ne Kohlequelle Da können wir richtig schön viel Stahl machen Und äh Dann werden wir vielleicht Die Phase 2 Vom 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 Lift Abschließen können Mal sehen Ich produziere jetzt schon Ein bisschen was vor Ich wünsche euch Eine schöne Woche Ein schönes Wochenende Je nachdem Ihr in das Video schaut Macht's gut Bis dann Ciao Bis dann